Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind in der vierten Welt angelangt und machen weiter mit Playa del Cong. Was haben wir denn eigentlich noch in unserem Inventar? Mal 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 so einen Ballon. Ist doch immer gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den hier brauchen. Schau mal, es sieht ja jetzt sehr nach Wasserwelt aus. Aber vielleicht gibt es trotzdem irgendwas zum Runterfallen. Schau mal. Ich glaube hier, ich glaube in dieser Welt werden die blauen Ballen geschen. Ding. Ah, eine Mütze. Ding. 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 Ich hab's plotting. Nichts. Nichts. Bananas! Wow! Au! Au! Alter, lass die mich mal da raus! Was ist das? Was ist das? Fass! Au! Okay... Oh Gott! Ich bin nicht hier gelandet. Das macht mir etwas Angst. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich brauche Luft! Ich brauche Luft! Ich brauche Luft! Ich brauche... Ich brauche Leben! Definitiv blaue Ballons sind hier nicht verkehrt. Ding! Also... Vorne hier! Wasserwelten... Wasserwelten... Egal wo! Das war noch nie so mein Fall. Ob jetzt ein Rayman oder ein Mario... Alles... Au! Alles nicht so mein Fall. Yep! Der lang gedauert. Also nochmal hier... Das hier. Ahh... Aua! Au! Da... Schwein! Schweinchen! Schweinchen! ich weiß gar nicht, ob das jetzt der reguläre... Ja doch, das ist der reguläre Weg. Und da ist das nächste Leben weg. Gott, ich bin froh, wenn wir diese Welt hinter uns haben. Lass mal ein paar blaue Ballons dann kaufen. Ach, Sonic war ja auch so, ne? Mit Unterwasser, das war auch nicht so mein Fall. Egal wo es Wasserwelten gibt es. Oh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Immerhin, wir haben ein Puzzleteil gefunden. Eins von sieben. Ich bin bestimmt schon an 500 vorbei. Und da ist das, was wir machen. Und da ist das, was wir sehen. Ich bin froh. Ich bin froh. Und da ist das, was wir sehen. Ich bin froh. Oh Gott! Au! Das ist kaum ungünstig. Oh, halt. Au. Bye, Cranky. Ah. Schwein. Ja, er hat sehr, sehr ungünstig aufgehört, sich zu drehen. Okay, so. Wenigstens haben wir das Schweinchen. Oh mein Gott. Ey, Dixi. Oh, ja. Haha. Gott. Oh, ja. Shit. Oh. Himmel. Himmel. Ha. Geh. Geh. Oh, ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Au. Boah. Ende. Im Gelände. Ah. Wow. Also wenn ich das schaffe, habe ich zwei von sieben Busselteilen in dem gesamten Level gewonnen. Ja, zwei von sieben. Das war's. Mehr gibt's nicht. Oh, wow. Also die Welt wird definitiv eine absolute Katastrophe werden. Das weiß ich jetzt schon, weil ich... Ich bin einfach nicht so wasser... äh, wasserwelttauglich. Oh. Aquatec. So, Moment. Ja, kaufen können wir uns noch nix. Zumindest nicht in dieser Welt. Da gibt's noch kein, ähm, Laden. Da ist, äh, Funk-Canon hier angekommen. Ich hätte jetzt nichts gegen... Gegen ein einfaches Strand-Level. Das wäre nice. Das wäre nice. Puzzle-tile! Puzzle-tile, schön, bei-puzzle-tile! Oha! Achterbahn! Puzzle-tile! 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 Eieiei! 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 Aua! Und Schuss! Puzzle-tile! 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 das Spiel mein gut okay ich sterbe ich bin ja mal froh dass das Spiel mal wieder etwas schwerer ist bisschen zu früh aber gut Münze ist auch nicht schlecht ein Puzzleteil von 5 dafür alle Kong Buchstaben immerhin etwas komplett in diesem Level und 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 und